herzlich willkommen zurück zu reimen leider haben uns ja das fest fest immer das letzte mal festgepackt und nun sind wir wieder hier ich weiß gar nicht mehr was überhaupt war beziehungsweise was wir jetzt hier schon haben und was nicht was wir vorher vorher schon haben aber so wie es aussieht bisher ja sowieso schon alles dunkel ich gerne wüsste ob wir hier schon waren oder nicht weiß nämlich nicht mehr was dahinter ist ich glaube hier waren wir oder da geht es doch hoch in die in diese windmühle wo wir doch dann das schwarze zeug ausgelassen haben ich frage mich immer noch was das für ein geräusch ist weiß es nämlich nicht nächste fuchs wir folgen dem einfach mal okay ich dachte jetzt schon wir folgen einfach mal dem fuchs bis weg aber haben wir waren doch letztes mal auch hoffentlich überall schon sieht ja aus ja können wir da jetzt auch nicht reingehen ich sagte nicht wenn wir mal feuer hier an perfekt dann hier auch ich will mal rennen der rennt doch schon die waren wir doch oder nicht hier waren wir doch auch schon mir fehlt nämlich schon das ding und ich weiß gar nicht mehr was hier war warum müssen wir dann jetzt nochmal hier hin sehr komisch gehen wir halt einfach hier oben hin das ist eine weiße Echse was ist denn da unten kann man da auch hin das war auch knapp nee oder kann man nicht hin der hat auch feuer aber da komme ich nicht dran hier ist noch so eine weiße und da auch da wartet der fuchs hier waren wir glaube ich auch schon oder ja komm wir gucken mal ganz kurz um auch wirklich sicherzustellen dass wir hier schon waren aber eigentlich müsste es ja wir haben es ja beendet und das ist ja nicht abgeschmiert weil wir ja da fest hingen warum auch immer dann gehen wir wieder hoch zack 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 ich komme hier dürften wir auch überall gewesen sein interessant nehmen wir mal an wir sind da hoch gucken noch mal eben von allen seiten weil oft verbirgt sich ja irgendwas was man nicht sofort sieht ich würde gerne hier hoch bitte danke hier nein das schafft er nicht eigentlich möchte gerne hier hoch ein etage tiefer so und jetzt springen wir hier rüber hier rüber fällt gerade auf das ist ein gesicht also so ein kopf oder ist er jetzt tot aber warum das hat er doch gar nicht verdient ist doch auch nur ein Tier oder ich glaube er ist in über durch die merken geht gar nicht die böse also guck mal hier sonst hauen die immer ab wir rollen sie einfach weg ich glaube er hilft noch oh schlecht für uns ich glaube er ist viel zu schnell aber er liegt hier nicht oder ist er das da unten ist ja eben so aus wie das daneben aber das scheint es ist auch daneben ist er das also wo waren wir stehen geblieben gut so kann man hier hoch das irgendein nutzen ja hat es und offen lässt es und wir können weiter was war hier warte hier haben wir noch gar nicht gut also wenn wir noch hier hingegangen sind das nächste pizzastück bitte aufnehmen und essen danke ich dachte wir wären hier schon dass wir hier schon mal waren aber dem ist gar nicht so waren wir dann auf der anderen Seite auch noch nicht hier sieht man gar nichts oder kommen wir sogar von hier jo wir kommen von hier also gehen wir weiter durch das große mittlere tor und gucken mal was uns da erwartet ich will immer überall hochklettern erstmal alles hier entzünden so richtig so hoch ok jetzt können wir noch ein stückchen höher ja 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 wir zünden entzünden das blaue feier was jetzt finde ich nicht so lustig also wir sehen uns dann gleich wieder